Das Przewalski-Pferd P. Z. Walski, auch Taki, mongolisch Jema, jema-chinesisch-asiatisches Wildpferd oder mongolisches Wildpferd genannt, ist die einzige Unterart des Wildpferds, die in ihrer Wildform bis heute überlebt hat. Benannt ist es nach dem russischen Expeditionsreisenden Nikolai Michalowitsch Przewalski, der 1878 von einer seiner Expeditionen nach Zentralasien haut und schädelde in der westlichen Welt weitgehend unbekannten und wissenschaftlich noch nicht beschriebenen Wildpferd hat nach Sankt Petersburg mitbrachte. Das Przewalski-Pferd war zum Zeitpunkt seiner wissenschaftlichen Erstbeschreibung bereits sehr selten. Das letzte freilebende Przewalski-Pferd wurde 1969 gesehen. Das Przewalski-Pferd ist jedoch bis heute erhalten geblieben, da einige Großgrundbesitzer und Zoos die Art in Gefangenschaft weiter züchteten. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren es allerdings weniger als 40 Exemplare dieser Wildpferdform, die in menschlicher Obhut gehalten wurden. Lediglich im Prager Zoo und im Tierpark Hellerbrunn kamen noch Fohlen dieser Wildpferd-Unterart zur Welt. Die Etablierung eines Zuchtbuches und die engagierte Arbeit einiger Zoos ließen die Anzahl der heute lebenden Tiere wieder auf 2000 Individuen ansteigen. In mehreren Initiativen wird versucht, Przewalski-Pferde wieder in der freien Wildbahn zu etablieren. Das internationale Zuchtbuch wird in Prag geführt, das EEP-Zuchtbuch im Zoo Köln. Erscheinungsbild Körperbau Przewalski-Pferde haben eine Kopfrumpflänge von 220 bis hinzu kommt ein Schwanz von 99 bis Länge und eine Widerrisshöhe zwischen 120 und 146 cm. Sie wiegen zwischen 200 und 300 kg. Hengste sind mit einer Widerrisshöhe von 138 bis etwas größer als die Stuten. Przewalski-Pferde entsprechend damit in ihrer Körpermasse einem kleinen bis mittleren Hauspferd. Der Körperbau wirkt wegen des breiten Rumpfes gedrungen. Der Hals ist kurz und dick, der Kopf wirkt im Verhältnis zum Körper groß und ist kastenförmig gestreckt. Im Profil ist die Kopflinie gerade bis deutlich geramscht. Zu den Unterscheidungsmerkmalen zwischen Hauspferd und Przewalski-Pferd zählt, dass der Winkel zwischen der oberen und unteren Profillinie beim Przewalski-Pferd schärfer ausgebildet ist. Er beträgt bei erwachsenen Przewalski-Pferden 16 Grad bis 18 Grad 30, während Hauspferde einen Winkel von 25 bis 32 aufweisen. Die Oberlippe ragt etwas über die Unterlippe. Die Nüstern sind dunkel eingefasst. Die Ohrenränder sind innen und außen schwarz gesäumt. Der Rücken ist gerade, die Kruppe ist sanft gerundet und nicht gespalten. Die Beine sind kräftig und erb. Wie Hauspferde weisen Przewalski-Pferde an den Innenseiten der Beine Kastanien auf, die an den Vorderläufen über den Handgelenken und an den Hinterläufen unter den Sprunggelenken sitzen. Fellfarbe und Haarkleid die Wildfänge, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefangen wurden, weisen eine gewisse Variabilität bezüglich ihrer Fellfarbe auf. Neben solchen mit einer grau-gelben oder isabellfarbenen Fellfarbung waren auch einige rotbraune Exemplare darunter, die aber isabellfarbene bis weiße Beine sowie einen eben solchen Unterleib hatten. Fotografien aus dem Jahre 1954, die von Wildpferdherden in der Mongolei gemacht werden konnten, zeigen solch unterschiedlich gefärbte Individuen auch innerhalb einer Herde auf. Sie sind ein Beleg dafür, dass die unterschiedliche Fellfarbung nicht der Hinweis auf eine weitere Unterart ist, sondern zur normalen Variabilität dieser Wildpferdform gehört. In der heutigen Erhaltungszucht herrscht ein verdunkelter Isabel-Typ vor, der außerdem ein sogenanntes Mehlmaul aufweist. Als Mehlmaul wird dabei die deutlich hellere Färbung der Schnauzenregion bezeichnet. Nach wie vor treten aber auch dunkelbraune oder rötlichfarbene Individuen auf sowie Individuen, bei denen dieses Mehlmaul fehlt. Ein Mehlmaul ist typisch für Wild- oder Halbwildpferde. Das Sommerfell der Präwalzki-Pferde ist kurz und glatt. Das lange und wollige Winterfell wirkt dagegen struppig. Die Grannenhaare des Winterfells können eine Länge von 5 bis 7, die Wollhaare eine Länge von 2,5 bis 3,5 cm aufweisen. Häufig weisen die Pferde dann einen kräftigen Kehl- und Backenbart und gelegentlich sogar eine Brustmähne auf. Abzeichen Präwalzki-Pferde weisen normalerweise einen dunklen Alstrich, auf dessen Breite und Farbintensität individuell verschieden ist. Neben dem Alstrich weisen die meisten Präwalzki-Pferde außerdem Anzeichen eines sogenannten Schulterkreuzes auf. Dieses beginnt meist etwas vor dem Mähnenende am Vorderteil des Widerristes und zieht sich schräg nach vorn. Gelegentlich weisen Präwalzki-Pferde auch Beinstreifen auf. Diese querverlaufenden, braunen oder schwarzbraunen Binden finden sich insbesondere auf der Hinterseite der Vorderläufe. Blässen oder Abzeichen treten bei Präwalzki-Pferden gleichfalls ein. Sie sind kein Hinweis, dass sich in der Ahnenreihe des Wildpferdes Hauspferde finden. Mähne und Schweifmähne und Schweifhaar sind dunkelbraun bis schwarz. Anders als Hauspferde wechseln Präwalzki-Pferde normalerweise einmal jährlich das Mähnenhaar und das Haar am oberen Ende der Schwanzrübe. Die Form von Mähne schwankt deswegen abhängig von der Jahreszeit und der körperlichen Verfassung des Tieres. Körperlich fitte Präwalzki-Pferde weisen im Hochsommer in der Regel eine kurze Stehmähne auf, die häufig von einer hellen Haarhülse umgeben ist. Im Profil betrachtet endet die Mähne in Höhe der Ohren, die Pferde weisen häufig keinen Stirnschopf auf. Kurz bevor das vorherige Haar gewechselt wird, fallen einige der vorderen Mähnenhaare in die Stirn und häufig kippen die nun deutlich längeren Mähnenhaare auch zur Seite. Pferde, bei denen aufgrund körperlicher Einschränkungen oder Stress der Haarwechsel ausbleibt oder sich verzögert, weisen sehr häufig kippen Mähnen und Stirnschopf auf. Werden die Pferde einzeln gehalten und fehlt damit die gegenseitige Haar- und Fellpflege, die den Haarwechsel unterstützt, weisen die Pferde ebenfalls häufig kippen Mähnen und Stirnschopf auf. Bei Präwalski-Pferden wachsen lange schwarze Schweifhaare nur an der unteren Schwanzrübenhälfte. Dies unterscheidet sie von Hauspferden, wo ab der Schwanzwurzel lange, harte Schweifhaare wachsen. Auf der oberen Schwanzrübenhälfte wachsen bei den Präwalski-Pferden zu beiden Seiten etwa fingerlange Haare. In der Mitte verläuft als Fortsetzung des Allstrichs ein kurzhaariger Strich. Verbreitung Das Präwalski-Pferd ist die östliche Form des Wildpferdes, das einst die gesamte Eurasische Steppe besiedelte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kamen Präwalski-Pferde vermutlich nur noch in der Dschungerei vor. Angaben über Fang und Sichtung sollte aus dieser Zeit lassen sich einer Region zuordnen, die von 85 bis 95 Grad West und 44 bis 50 Grad Nord reichte. Zwischen 1903 und 1947, als das letzte Mal ein Wildpferd gefangen werden konnte, wurden keine Berichte über die Sichtung von Wildpferden publiziert. Erst in den 1950er und 1960er Jahren gab es wieder vereinzelte Sichtungsmeldungen. Die letzte Sichtung auf chinesischem Gebiet war in den späten 50er Jahren. 1969 wurden wild lebende Präwalski-Pferde von einer durch das Biologische Institut der Akademie der Wissenschaften der Mongolei organisierten Expedition gesichtet. Das ist die bislang letzte Beobachtung. Alle Beobachtungen stammen aus der Region des Tachinshara-Nurru. Das Beobachtungsgebiet umfasst 93 bis 94 Grad West und 45 bis 46 Grad Nord. Lebensraum Bei den Gebieten, aus denen die letzten Meldungen über Präwalski-Pferden stammen, handelt es sich um karge und windexponierte Hochebenen, deren Vegetation überwiegend aus dichten und hochwachsenden Sachsauel besteht. Daneben wachsen dort unter anderem auch Tamarisken, die Wermutart Artemisia in Cana, die Grasarten Lasia Grustis Splendens und Stippa Orientalis, Tulipa Uniflora und Räumleukorhitz um. Dort, wo der Boden eine höhere Salzkonzentration aufweist, findet sich Rumareie Soongorica. Die Landschaftsstruktur ist stark wellenförmig. Der Boden ist hart und kiesig bis steinig. Die Tagestemperaturen unterliegen Schwankungen bis zu 25 Grad, da auch im Sommer die Nächte sehr kalt sind. Der Januar ist der kälteste Monat mit Durchschnittstemperaturen von minus 15 bis minus 18 Grad. In den Sommermonaten kann die Lufttemperatur bis zu 40 Grad betragen. Die wenigen Niederschläge fallen überwiegend in den Sommermonaten und übersteigen selten mehr als 100 Millimeter. Zu den Säugetieren, die in dem Lebensraum des Prävalski-Pferdes gleichfalls vorkommen, zählen unter anderem Jigetai, Saiga, Antilope und Wolf. Das Kargefutterangebot zwingt die Prävalski-Pferde zu ausgedehnten Wanderungen. Während sie in den Wintermonaten ihren Wasserbedarf auch durch Schnee decken können, halten sie sich im Sommer in der weiteren Umgebung von Wasserstellen auf. Sie kehren in der Regel täglich zu den Wasserstellen zurück, da sie im Extremfall höchstens vier Tage ohne Wasser bleiben können. Ursachen des Bestandsrückgangs Prävalski-Pferde sind Kulturflüchter, die sich aufgrund der Bejagung durch den Menschen sowie eine zunehmende Nahrungskonkurrenz mit Haustieren auf immer kargere Standorte zurückzogen. So entspricht die Dschungerei, in der Prävalski-Pferde zuletzt gesichtet wurden. Mit ihrem kargen Nahrungsangebot und ihren wenigen Wasserstellen nicht einem optimalen Wildpferd-Habitat. Auch in diesem Refugium wurden Prävalski-Pferde jedoch zunehmend bedrängt. So begannen mongolische Hirten in den 1960er Jahren während des Sommers in den Gebirgstälern des Tachinsharanuru ihre Herden zu weiden. Entsprechend mieden Wildpferde diese Region und hielten sich während des Sommers in der Dschungarischen Gobi auf. Erst während des Winters wechseln sie in die Tachinsharanuru. 1948 und 1956 ereigneten sich in der Region zwei harte Winter, in der die dort ansässigen Nomaden einen großen Teil ihrer Wehbestände verloren, weil diese nicht mehr ausreichend Nahrung fanden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Winter sich auch auf die Bestände der Prävalski-Pferde negativ auswirkten. Gleichzeitig nahm der Jagddruck auf die Wildpferde zu. Die chinesische Regierung siedelte in der Grenzregion Kasachen an, die überwiegend von der Jagd lebten und regelmäßig auch Pferdefleisch aßen. Die Wieferluste, die die anderen nomadischen Volksgruppen infolge der strengen Winter erlitten hatten, ließen diese ebenfalls ihre Jagd intensivieren. Gleichzeitig stieg der Jagderfolg, da die moderneren Gewehre eine höhere Reichweite hatten und mit ihnen mehrere Schuss abgegeben werden konnten. Prävalski-Pferde waren gegen Ende der 1960er Jahre in freier Wildbahn vermutlich ausgestorben. Lebensweise Das Verhaltensrepertoire von Prävalski-Pferden ist in den letzten 100 Jahren verschiedentlich mit dem von Hauspferden verglichen worden. Die Untersuchungen sollten unter anderem Aufschluss darüber geben, inwieweit die Domestikation einen Einfluss auf das Verhalten hat. Grundsätzlich gilt, dass das Verhaltensrepertoire von Prävalski-Pferden dem des Hauspferdes gleicht. Wenn diese unter natürlichen Bedingungen gehalten werden. Sehr früh konnte bewiesen werden, dass Prävalski-Pferde Zimba sind. In Askania Nova sind beispielsweise einzelne Prävalski-Hengste eingeritten worden. Verglichen mit Hauspferden haben Prävalski-Pferde jedoch ein höheres Aggressionsniveau. Stuten haben beispielsweise wiederholt artfremde Jungtiere angegriffen und diese zu Tode gebissen oder getrempelt. Hengste zeigen eine hohe Bereitschaft, mit anderen Hengsten zu kämpfen. Und verteidigen bei der Haltung in zoologischen Gärten ihre Herde auch gegenüber ihnen vertrauten Personen. Bei Kreuzungen mit Hauspferden vererbt sich dieses Aggressionsniveau auch auf die Nachkommen. Von weiteren Kreuzungen zwischen Hauspferdrassen und Prävalski-Pferden hat man deshalb abgesehen. Die Herde Prävalski-Pferde leben entweder in reinen Hengstgruppen oder in kleinen, von einem Hengst geführten Familiengruppen zusammen. Familiengruppen bestehen in der Regel aus 5 bis 20 Pferden. Hengstgruppen sind ähnlich groß. Ihre Zusammensetzung und damit auch die Herdengröße unterliegen deutlich stärkeren Veränderungen als die der Familiengruppen. Prävalski-Pferde sind grundsätzlich sehr scheu. Berichte von Fang-Expeditionen wie der der Gebrüder Grum G.R.Z. Himelo aus dem Jahre 1889 schildern, wie die Herden Bodenwellen nutzen, um sich den Blicken ihrer Verfolger zu entziehen. Dass der Leithengst einer verfolgten Herde von Prävalski-Pferden die einzelnen Herdenmitglieder durchtritte zur Flucht in die von ihm gewünschte Richtung antreibt, sich stets zwischen der Herde und den Verfolgern hält und sich letztlich den Verfolgern zum Kampf entgegenstellt. Beim Kampf gegen Feinde und Nebenbohler und auch beim Zusammentreiben nimmt der Hengst eine Drohhaltung ein, bei der er die Ohren anlegt, den Kopf mit gestrecktem Hals zu Boden senkt und die Zähne entblößt. Gegnerische Hengste umschleichen sich mit dieser Kopfhaltung, um dann abrupt aufeinander loszugehen mit dem Ziel, das andere Pferd niederzurennen und zu beißen. Geschlechtsreif gewordene Junghengste werden grundsätzlich von dem Leithengst aus der Herde vertrieben. Stuten, die sich dem Hengst widersetzen, werden von ihm meistens in dem Mänenkamm und seltener in die Beine gebissen. Stuten greifen sich gelegentlich zwar auch mit angelegten Ohren und entblößten Zähnen an. Sie tragen ihre Konflikte in der Regel aus, indem sie einander durchaus geilen mit den Hinterhufen attackieren. Geschlechtsreife und Tragezeit unter den zu Beginn des 20. Jahrhunderts importierten Wildfängen gab es einen Hengst und eine Stute, die sich jeweils im vierten Lebensjahr erfolgreich fortpflanzten. Die übrigen Wildfänge waren deutlich älter, als sie das erste Mal Nachkommen zeugten. Ein Hengst und eine Stute hatten ihr zehntes Lebensjahr bereits deutlich überschritten, als sie das erste Mal erfolgreich zur Nachzucht kamen. In der achten Zuchtgeneration sind Prävalski-Pferde deutlich früher geschlechtsreif als die Wildfänge. Hengste sind bereits im 25. Lebensmonat in der Lage, eine Stute erfolgreich zu decken. Stuten sind ab ihrem 14. Lebensmonat empfangsfähig. Zu der früheren Geschlechtsreife tragen vermutlich die bessere Ernährungslage und die unter Gefangenschaftsbedingungen anderen sozialen Beziehungen. Bei körperlich nicht voll entwickelten Eltern ist jedoch die Fohlensterblichkeit höher als im Durchschnitt. Die Trächtigkeitsdauer bei Prävalski-Pferden liegt zwischen 47 und 51 Wochen. Tendenziell werden Hengstfohlen länger ausgetragen als Stutfohlen. In der freien Natur lebende Prävalski-Pferde brachten vermutlich ihre Jungtiere zwischen Ende April bis Anfang Juli zur Welt. Fohlen, die in anderen Monaten zur Welt kamen, hatten wegen des dann ungünstigeren Klimas bzw. der schlechteren Ernährungsmöglichkeiten eine deutlich geringere Überlebenschance. Bei den bis 1994 in Gefangenschaft geborenen 2411 Fohlen, deren Geburtsdatum genau bekannt ist, zeigt sich eine jahreszeitliche Verteilung. 68% der Fohlen werden zwischen dem 21. April und dem 10. Juli geboren. Mit 30% ist der Monat Mai der Geburtsstärkste Monat. Die übrigen Geburten verteilen sich weitgehend gleichmäßig über das gesamte Jahr. Von den bis zum 1. Januar 1994 insgesamt 2469 in Gefangenschaft gezogenen Prävalski-Pferden hatten nur 41% Nachwuchs. Die nachweislich fruchtbaren Pferde hatten aber teilweise eine sehr hohe Fruchtbarkeit und waren bis ins hohe Alter fortpflanzungsfähig. Die Stute Halmer mit der Zuchtbuchnummer 393 trug erfolgreich 19 Fohlen aus. Die Stute Sirah mit der Zuchtbuchnummer 173 war zum Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Deckung 22 Jahre alt. Der Hengst Basil mit der Zuchtbuchnummer 293 deckte das letzte Mal im Alter von 26 Jahren und 10 Monaten. Er ist der Vater von insgesamt 71 Fohlen und damit einer der nachkommenreichsten Prävalski-Hengste. Jerzy Wolf hat die Sterbedaten aller zwischen 1899 und 1993 in Gefangenschaft geborenen Prävalski-Pferde ausgewertet. Danach sterben innerhalb der ersten zwei Lebensjahre 43% aller Fohlen. Hengste haben im dritten Lebensjahr eine verhältnismäßig hohe Sterblichkeit, wenn die Kämpfe um die soziale Stellung in der Herde einen erhöhten Stressfaktor darstellen. In Gefangenschaft erreichen Prävalski-Pferde ein Lebensalter von über 34 Jahren. In freier Wildbahn dürften sie dieses hohe Lebensalter nur sehr selten erreichen. Systematik Der Status als Unterart des Wildpferdes Die Entwicklungslinien zwischen Hauspferd und Prävalski-Pferd haben sich schon vor 120.000 bis 240.000 Jahren getrennt. Hauspferde sind erst viel später domestiziert worden und stammen deshalb nicht von Prävalski-Pferden ab. Das Prävalski-Pferd unterscheidet sich unter anderem in folgenden Punkten vom Hauspferd. Es hat eine höhere Zahl von Chromosomen. Sowohl die Randhaare der Mähne als auch die kurzen Randhaare der Schweifrübe machen den Fellwechsel mit. Die Profillinie des Kopfes weist beim Prävalski-Pferd einen Winkel von 16 Grad bis 18 Grad 30 auf, während er von Hauspferden zwischen 25 und 32 beträgt. Alle sechs von Eberhard Trummler untersuchten Skelette haben 19 statt 18 Brustwirbel. Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse wird es gelegentlich als eigene Art vom Hauspferd abgetrennt. Genauso häufig werden beide Formen jedoch zusammen mit dem ausgestorbenen Tapan zu einer einzigen Art zusammengefasst. Dieser systematischen Einordnung wird hier gefolgt und das Prävalski-Pferd entsprechend als Equusferus Prävalski bezeichnet. Ein Indiz für die Validität dieser Einordnung ist, dass Haus- und Prävalski-Pferde uneingeschränkt untereinander fortpflanzungsfähig sind. Prähistorische Verbreitung Die über weite Gebiete Eurasiens verbreiteten Wildpferde waren eine der Charakterarten der Spätpleistozenen. Kaltsteppenhof-Tierfauna Ihr ursprünglich großes Verbreitungsgebiet reduzierte sich signifikant. Als sich im Frühholozän durch die einsetzenden Klimaveränderungen die eiszeitlichen Steppen wieder bewaldeten. Die an weitgehend baumfreie Steppen und Tundern angepassten Wildpferde wurden deshalb sowohl im Mesolithikum als auch im Neolithikum zunehmend. Seltener Wildpferde lebten noch in Zentraleuropa, in den Tieflandgebieten Mitteleuropas. Möglicherweise auch im Gebiet des heutigen Spaniens sowie in den Steppen des heutigen Russlands und der Ukraine. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass in diesem großen Verbreitungsgebiet nicht nur eine Wildpferdform auftrat. Es ist allerdings noch nicht hinreichend untersucht, welche innerartliche Variabilität für Wildpferde charakteristisch war und wo die Verbreitungsgrenzen der einzelnen Unterarten verliefen. Allgemein anerkannt sind zwei Wildpferdformen. Das Prävalskipferd gilt gemeinhin als die östliche Form des Wildpferdes. Daneben existierte mit dem Tappern eine weitere Wildpferdform. Diese war bis Ende des 19. Jahrhunderts noch in den Steppengebieten der Ukraine zu finden und wurde dann durch Bejagung ausgerottet. Ob die in prähistorischen Zeiten in West- und Nordeuropa vorkommenden Wildpferde diesen beiden Formen angehörten oder ob daneben weitere Formen und vielleicht sogar weitere Arten existierten, ist strittig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017